Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute spielen wir das Spiel Knockout City. Wenn das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. So Leute, eine neue Runde und diesmal ist auch der Sunny mit dabei. Wir haben ihn gerade das Spiel noch erklärt. Also der Chaos-Trop ist bereit, diese Leute hier umzunähten. Das hier ist nicht nur Völkerwahl, das ist Krieg. Wir müssen diesen Krieg gewinnen, um die Welt zu retten. Was habe ich eigentlich gerade gelabert? Nein, na. Der Mond, der lässt sich fliegen. Den habt ihr noch nicht gesehen, der Mond, der lässt einen fliegen. So, let's go Chaos-Trupp. Irgendwie passt das mit deinem echten Aussehen überhaupt nicht überein. Ich habe einen 60er-Trupp. 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 Kai, siehst du Sie? Ich kann mich nicht bewegen. Wo ist denn einen ... Ah, da oben ist einer. Da oben kommt einer. Nein, die Fliege. Ich wurde einen Mondball erwischt. Verdammt, ich bin tot. Ich auch. Letztes Mal waren wir besser. Ey Sunny, du musst vielleicht die Empfindlichkeit bei dir ein bisschen runterschalten. Wir hören uns doppelt. Ah ne, das ist dein... Mich hat so ein Lupfer getroffen. Der Mond, der fliegt, glaube ich, auch ein bisschen langsamer, oder? Das war der Such vorbei. Ja. Also die spielt schon eine Weile zusammen. Hier nimmt mich. Los, du schaust das. Du hattest gerade den besten Ball. Hallo. Los. Los wirf mich. Wir haben rausgefunden, dass man uns gegenseitig werfen kann. Warum wirf denn? Los Kai. Ich gehe auf die andere Seite. Ich muss dich erst mal aufladen, damit du die Bombe spielen kannst. Einen hab ich ausgescheitert. Äh, nein. Ja, ich hab einen in die Klippen geschmissen. Hihihihi. Und ich hab mich selber gezählt. Erwischt. Einen ausgescheitert. Bye, 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 bye. Nee, der ist unten. Okay, wetten. Oh, aua. Ich, äh, ich und ein anderer hatten hier gerade ein Bett. Wir wollten uns gegenseitig runterwerfen. Nee. Ey, Sunny, kannst du dich mal zum Ball machen? Ich will dich werfen. Du hast dann so eine richtig geile Anzeige. Dann kannst du selber als Ball, beziehungsweise als Bombe rüberfliegen. Du musst eher gedrückt halten dafür. Oder Kai nimmt dich. Funktioniert auch. Ich finde dieses Feature-Light-Shop megacool. Fuck. Okay, ich hab den Mondball. Ich hab den Mondball. Los, Sunny, hol sie dir. Da, nimm dir den Mondball. Ach, danke. Verdammt, keiner wirklich. Ich bin weitermot geflogen. Äh, schaffst du den Wurf? Ich bin tot. Team Gold geht in Führung. Oh, nein. Bombenball. Ich glaub, du spielst wieder mit der Switch 4D auf dem Fernseher, oder? Ja, ja. Ja, deswegen hören wir deinen Fernseher. Also, ich spiel auf dem Fernseher. Hilfe, da kommt ein Megatyp runter. Ja, die spielen auf jeden Fall schon eine Weile. Hilfe. Ich spiel in meinem Gesicht. Ja, wie er auch. Aber die spielen schon länger als Crew. Ja, Sunny, du musst aufholen. Wir haben schon zwei Runden Erfahrung. Kai, sogar drei. Wenn ich mich in allen dreien besonderlich gut geschlagen habe. Warte, können die mich eigentlich auch aufheben? Na klar. Die können ich auch aufheben. Nein. Die spielen echt gut als Team. Sunny, lass mich dich werfen. Boah, verdammt. Ich bin als Schild bei dir. Los, wirf. Wirf mich. Oder ich, wirf dich. Oh, da kam was. Kai stirbt nicht. Schnell, Sunny. Die ist selber geschossen. Ich hab dich. Los. Der war gerade auch im Spiel. Ich lege die ganze Zeit rum. Let's to go. Wir können nichts an Sunny Sound verändern, Leute. Es tut mir leid. Oh, der explosive Bombenball. Bombenball. Damit musst du nicht mal treffen. Werf ihn am besten hinter sie an die Wand. Weil dann kann man den nicht mal aufheben. Ich muss ein bisschen time. Und wenn ihr dann hochgeht, machen sie Wurms. Ich bringe auch direkt um. Aber zur Not wissen wir es ja. Einmal in die Klippe werfen. Also die Gegner. Okay, ich hab den Bombenball. Ich hatte ihn. Jetzt ist er in meinem Gesicht. Das war das erste Gute, was Sunny an diesem Tag erlebt hat. Kai, brauchst du einen Ball? Nein, ich hab gerade andere Probleme. Was? Ah, der hat auch früh gedrückt. Das ist mein Ball. Vergiss es. Ich bräuchte mal hier ein bisschen Hilfe. Ich hatte leider noch den einen Bombenball, weil der dann doch kein Insta-Klin ist. Ich hatte es noch gedrückt, aber eine Sekunde zu spät. Ich hab mich selber wegge... Hier, Kai! Ich hab diesen Bombenball... Nimm mich! Jetzt hast du den besten Ball in der Welt! Ich hatte den Bombenball und dann wurden es abgeschossen. Ich konnte mich nicht wehren. Oh, ich kann auch oben drüber! Aber leider war da eine Wand im Weg. Ah, verdammt! Verdammt! Gib mir den Ball! Lass mir den... Lass mich mir den Ball! Nein, er hat ihn noch gefangen! Ich wollte den Ball haben! Komm, komm! Nein, ich wollte ihn runterschlagen! Ja! Hab einer lehnt! Du kannst ja auch runterdäschen, Sunny! Wenn du sie däscht und sie fliegen runter, kriegen wir einen Punkt! Das zählt! Ich hab's gerade versucht, aber ich wurde gerade fast selber runtergedäscht. Na ja, zumindest getroffen. Ich würde ja helfen, aber ich hab keinen Ball! Ich haue da natürlich genau danach, wenn der Bombenball zurückkommt, ne? Ich krieg' ihn, ich krieg' ihn! Nein, jetzt hab ich ihn fallen lassen! Wo ist er? Jawoll! Ein ausgeschaltet! Ich hab'n Punkt geholt, Leute! Ich war aber nützlich! Warte, ich dich! Dann kannst du ihn killen! Hinter dir! Hinter dir! Ja, sie haben den selben Plan! Ja! Ich hab' einen Router gesetzt! Pass auf, dass du nicht gegen die Wand tischst, ne? Dann, ne, stirbst, ne, dann wirst du gelähmt! Oder? Nein! Der hat überlebt! Du kannst Geld in dir, ist das einfach her! Pum! Nein! Hab' du dir selbst gar nicht? Ich wollte die Not natürlich, ja! Nein, Sunny! Warum fängst du ihn nicht? Das war so knapp! Ja, ich versuch! Doch, ich warte so langsam! Ach, zehn! Nein! Ja, wir haben noch zwei Runden! Wir können noch gewinnen! Wir haben noch zwei Runden! Warum haben wir eigentlich Voice-Shield an wir zwei? Keine Ahnung! Also, die hören uns ja eh nicht, aber trotzdem! Hier, nehm' ich! Genau, ein Ball, sag' ich, passt zu mir! So, die müssten in der Mitte sein! Ich, wenn du springst, komm' ich tatsächlich drüber! Ja, ich hab' ihn getroffen! Oh, scheiße, ich wollte den vorbeifachen! Wow! Kann ich, nehm' mich! Kann ich, nehm' aufweichen? Ja, kannst du! Da war ne Wand im Weg! Ja! Die Blau geht in Führung! Die Blau geht in Führung! Achtung, Bombe! Sunny! Ach, ne, das ist Kai! Ich wollte dich werfen! Au! Oh, ist das ein Lack! Oh, was bei mir ist das? Er hat mich genau in die Lücke reingedasht! Da hat mich auch einer reingepustet! Kai! Kann nicht! Ja, getroffen! Nein! Ich desch ihn! Nein, das war der Falsche! Ich hab' einen getroffen! Sunny, bitte stirb nicht! Er hat dich! Er kann hier die Klippen werfen! Kai, hier, nimm' Ball! Verdammt! Achso, ich hab' ihn in die Klippe geworfen! Ich stell' mich vor, dich erschützt! Verdammt! 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 Sonst fang' die den Kommentaren wieder an, mit Sunny zu play! Wir dürfen das ihr nicht! Mensch! Dann machen wir gleiches Recht für alle, dann lassen wir's alle sein! wir haben nun glaube ich jetzt schon entschieden liebe zuschauer schafft dass wir spielen spielen wollen wenn es voll draußen ist für den dj übrigens die untertitel angeschaltet sagt mir in den kommentaren ob wir den nicht haben wollt okay wir haben den multiball wo kann man die untertitel einstellen in den einstellungen ganz rechts nein sony hat jetzt übrigens endlich mal seinen karrer angepasst hier nämlich ich habe die 11 ich will dich aber nicht okay ich habe es an die als kartenball nämlich ich alleine die funktion finde ich schon mega cool ist bereit hast du sie gesehen los an die hose die jahre die stehen auf einem haufen hatte getroffen auch kommt von ganz knapp vorbei da ich hatte eine fk ich glaube beide zwei jahr fk ball auch das ist ja ehem würden zu es wird eine schnelle runde wenn die befindet zwei jahr dabei sind auch der eine der gerade sein bestes gibt der tut mir so leid ich habe dass wir niemanden spiel beitreten und ins in afk geht wow der wird zügig mit dem multiball hängt es gerade im ende ich kann mich nicht bewegen das ist zum gotten sanja schlechtes internet ja gerade gerade ist es echt utopisch schlecht ja der tut mir leid weil seine kameraden afk sind einer von denen ist jetzt da ok ich wollte ich wollte nicht hin ich soll meine alleine ist das wäre mir zu fies gewesen ich mich ihnen die ganze angeboten bringt mich die bahn eigentlich oben ja sie bringt mehr aufgabe ja die er hat es hat ja nicht umgebracht beim letzten mal deswegen dachte ich vielleicht kann ich auch auf die bahn drauf er hat den multiball und wenn die einer von den gegnern hatte die jetzt habe ich ihn wo sind die ich sehe die nicht da ist einer ich suche gerade auch mit schlechten hände versuche ich mit zu spielen du bist immer noch besser oh gott ich steh doof achtung zug da sind die ah da ist einer ja wenn du von hinten wirfst können sie eh nicht blocken nichts ist entschieden ich habe den Zug gedeckelt ich bin nämlich extra von oben drauf gesprungen frag doch so was heißt man testen es nicht aus das gibt den gegnern punkte wenn wir uns selber umbringen aber man muss es testen wo sind die gegner keine ahnung die waren hier gerade ich glaube die afkler sind raus geflogen nee ja coco ist tot und wir sollten halt echt auch öfter diesen spiel dabei machen weil der one hinten kann ich habe dich in der hand ja ok wir haben zwei multiball das kreis kann ich das unterhalten wird nicht das nicht das 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 der ist alleine alleine war er ist gekickt und der coco ist rausgegangen weil er keinen bock mehr drauf hatte auch der tut mir leid das tut jetzt echt weh dass er jetzt alleine spielt für diese folge dann auch ein win drin warte hier nimm einer den ball sunny wirft mich nicht muss mich aufladen die werden aber ausgetauscht die die rausgehen ich kann mehr treffen ja ich hab ihn sie haben wieder ein afg ich wollte ihnen den ball aus der hand prügeln ich brauche einen ball ich habe kein ich wollte auch gerade ein warte sunny wir können unser problem lösen ich mache seite soll ich nochmal auf dieses sprungfeld danach geflogen bin jetzt okay du hast den selben plan okay jawohl verdammt er hat ihn gefangen ok einen habe ich ausgeschaltet verdammt ich wollte ihn gegen den zug donnern weißt du willst die map gegen die ausnutzen ist das verlangen ist einfach da will sich einer als ball anbieten die stehen gerade echt gut beieinander verdammt verdammt neun decken der barbache die alleine er der eine der war ja war das quasi alleine gemacht für die ergebung und der war entscheidend wieder auf k und der elf der hat so ein bisschen was getan da war mal ehre der treu sein dir immer kommen dass ich unterdrücken da kommt einer von oben okay ich habe den eigenen gedächt in den ball weggenommen und dadurch hat mich der andere getroffen aber diese bomben bälle die sind gut bei ihm wollte ich war zu lang kommen der trocken ist jetzt auch ich habe hier auf folgenden Köln konzentrieren elf nicht bemerkt ich habe heute gerade aufgeschaltet endlich an den König gestürzt und da kann meine was von den Superbellen habe ihn zu spät gemerkt so elf habe ich ausgeschaltet ja ich kann mich nicht wehren ein es ist immer noch besser zu werden nur weil er hat die Sprache aber bin ich das zu können der King wurde vom Zug erwischt der King der war zu uns rüber und dann kam der Zug ich wollte drüber laufen bevor der Zug kommt und hab vergessen dass ich hier noch ein Zug war ich wollte aber da kann man geflogen Sani stirbt nicht wenn die noch einen Punkt machen haben wir verloren ey ich lege wieder ja dann kann ich das jetzt du bist nicht gestorben, Kai vorm Zug gerät ich habe sogar noch auf Kamera gehabt ja Leute das war es mit dieser Folge wo Sunny dabei war ich glaube bei der nächsten wegen da im Internet ist er nicht dabei habe ich so das Gefühl ja ich muss sagen das geführt echt Spaß wenn das nicht funktioniert aber weil Sunny ist das halt nicht der Fall aber wir nehmen noch einen Part jetzt auf also ich hoffe ihr hattet Spaß beim Zusehen wenn ja Abo und ein Like da lassen und wir sehen uns bei der nächsten Runde Tschüss